Heute sind hier schon alle dabei, den Frühstückstisch und so fertig zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie hält das? Ja, ich decke jetzt den Tisch. Ich habe gestern noch so ein Neujahrskranz gekauft. Der sieht so lecker aus. Alter, so gut. Hallo, kleine Mas. Hallo, du Süße. So, Frühstück ist fertig und jetzt, ja, frühstücken wir. Na, Tobi, auch endlich aufgestanden. Ich habe Augenrenner des Todes, das heißt, hätte ich gestern schon gesoffen. Hab ich nicht. Na, wir warten nur saulange weg. Leon, ich habe gerade gesoffen. Was ist denn? Orangensaft. Oh, ich gehe zu der Tür. Scheiße. Wie Tobi. So, ne? Ja. So. Ne, ich darf gar nicht dran. Moment. Du musst gar nicht dran. Du musst gar nicht dran. Das ist doch an so schwer. Du musst gar nicht dran. Du musst gar nicht dran. Du musst gar nicht dran. Am Anfang darf ich dich nicht berühren. Geh doch einfach zwei Schritte nach hinten, Tobi. Alter, du bist zu rein. Du bist jetzt der dritte Schritt. Nein. Ach, Tobi. Wenn du jetzt stoppst und da stehst, da bleib stehen jetzt. Ja, so. Ja, den anderen Fuß daneben setzen, Schatz. Ach so, ja. Nein, doch. Jetzt hast du zwei Schritte gemacht. Ich stelle den vorderen neben den anderen. Nein, so. Ja, doch. So und jetzt so. Genau. So. Jetzt nach vorne beugen. Wie anstrengend. So, weiter 90 Grad Winkel. So, genau. Und jetzt den Eimer nehmen. Ja. Jetzt weiß ich auch, wo der Fehler ist. Und zwar, wenn du nur so machst. Warte. Von mir aus mach ich so. Du musst erst den Eimer hochheben. Also erst den Eimer hochheben. Und dann nur. Und zwar hat es nur damit zu tun, wie weit du wirklich die Beine spreist und von der Tür weg bist. Wenn du zu weit von der Tür weg bist, ist dein Schwerpunkt so weit vorne, dass du es kaum schaffst. Okay. Der Eimer hochheben. Das ist gut. Das ist geil jetzt jetzt von Anna richtig. Ach, ist Anna drin? Ja, das ist so. Was? Juli, was war das für ein Schritt nach hinten? Fuß dran. Hä? So. Fuß nach hinten und jetzt den Fuß da hinten dran. Den Fuß da hinten dran. Genau. Genau. Hinten richtig dran. So. Und jetzt den rechten Fuß daneben setzen. Genau. Schulterbreite oder was? So kann bleiben. So. Jetzt dran. Weiter nach unten, weiter runter. So. Okay. Ach, ich kann nur den Beinig. Das ist so. Nein, das jetzt. Den Eimer nehmen. Jetzt wartet. Genau. Erst den Eimer hochheben und dann aufbeugen. Und jetzt aufbeugen. Ja, das geht auch nicht. Nee. Ach Gott. Bring ihn fähig. Okay. Okay, Leo, du noch mal mit Schuhen? Ja, ich hab... Hä, aber was hat das mit den Schuhen zu tun? Hä, ich verstehe das auch nicht. Aber Tobi hat eben einmal kurz so ein bisschen... Hier noch ein bisschen gezögert. Ja. Ich weiß, was er meint, aber an sich den Nachbindel. Ja. Schon geht's. Ich hab auch Rückenschmerzen, deswegen... Ja. Ich hab's geschafft, also könnt ihr nichts sagen, okay? Digga, immerhin hab ich Gewicht. Bitte, lass die Tür aufgehen. Ja. Allein dieser... Diese zwei Schritte nach hinten ist für euch schon so eine Aufgabe. Ja. Ja, ist echt. Okay. So. Pong! Echt? Digga, wenigstens hab ich gewischt. Ja. Glaubst du, ich hab's in den Eimer? Nee. Aber... Nee, nee, nee. Arm zur Rücken. Weiter runter. Weiter runter. Ja. Ja, das geht schon. Ja, das geht schon. Ja. Ja, das geht schon. So süße Fotos. Ja. Kat stellt gerade die Kamera ein. Und ich lade gerade noch einige Videos runter für unser Best-of. Und dann machen wir noch ein paar schöne Fotos. Ich freu mich. Dann wird's eben lecker gefrühstückt. So. Wir haben uns jetzt alle angezogen. Rausschreib einfach bei Whatsapp. Ja. Babybauch. 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 Babybauch 2. Babybauch. Babybauch. Ich bin auch, glaub ich, im 10. Monat schon. Bei uns läuft. Und wir machen jetzt ein paar Fotos. Das sieht einfach aus, als hättest du gerade gegessen. Ja, genau. Als hättest du einfach nur gegessen. Ja, genau. Okay, nee, aber von vorne schon. Von der Seite finde ich... Von vorne sieht's schon. Okay. Das war... Süß. So. Wir sind fertig mit Bildermachen. Da war auf einmal der Speicher voll. Die Ladys bearbeiten gerade da drüben alles. Oh, Leo und ich, wir gehen jetzt gleich trainieren. Oh. Ja. Noch ein bisschen auspowern und dann... Wie viel Uhr beginnt die Party eigentlich? 18 Uhr. 18 Uhr schon? Also, Raclette. Also, nee. Wir essen Raclette. Wir machen die ersten mal Raclette. Um 9 kommen die anderen essen. Ah, okay. Also... Wer kommt alles zum Raclette? Ähm... Paddy, Katrin plus Freunde. Ähm... Benji plus Freunde. 10. Also 12 Leute mehr. Also eigentlich schon fast alle, die auch auf der Party sind. Ja, genau. Ihr seid ein bisschen verschmiert. Schon wieder. Was ist denn... Was ist denn da los? Heute ist ja Verschmiertag. Ist ein Frühchen schon nicht mal? So. Ja. Und ähm... Ich werde heute aber auch nur in Maaßen trinken. Ja, mega. Denn ähm... Das finde ich richtig schön. Morgen fahren wir ja nach Ischgl. Da wollen wir gegen nachmittags ankommen. Ich glaube so gegen 11, 12 Uhr wollen wir losfahren. Und da werde ich ganz bestimmt nicht mit Restalkohol... Ähm... Fahren. Deswegen... Heute Abend in Maaßen. Vielleicht um 12 Uhr noch ein Prosecco zum Anstoßen und dann... Alles cool. Leo und ich gehen noch trainieren. Jetzt so einmal zum Abschluss 2017. Sag mal Leo, was suchst du heute? Sag mal... Juli mit seinen Fußballschuhen hier. Sag mal Tobi, was hast du angestellt hier? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts! Okay, komm Tobi, komm 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 komm. Ja. Komm, komm 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 komm. Komm 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 Tobi! Bei der ähm... Die Übungen, die Liegestützen quasi auf dem, wie nennt man die? Ja, mit den Dinger, ja? Das hast du schon mal echt gut hingekriegt. Die hab ich beim letzten Mal ja gar nicht hinbekommen. Das ist doch ein geiles Feeling, oder? Oh, Leute, ja, das ist echt ein geiles Feeling. Viele Fortschritte. Muskelkater am Silvester. Jetzt noch nicht, aber morgen dann, wenn ich nach Ichbühel fahre, super. Ja, perfekt. Dann kann ich nicht mal auf der Skipist fahren. Ja, freut sich Maren. Ja. Stimmt. Ich hab mir gerade noch gedacht, warum freut sie sich denn? Bei deinem Glück bricht Städte oder was? Nein. Sag sowas nicht, Leo. Gute Vorsätze für das Jahr 2018, nichts brechen. Ich wünsch's mir natürlich nicht für dich, aber deine Vergangenheit mit Brüchen. Ja, meine Vergangenheit mit Brüchen. Also, ich kann euch mal einen kleinen Ausdruck aus meiner Akte geben. Halleluja. Und hier wird schon geknallt, wie verrückt. Leo wird heute Nacht auch noch knallen. Und tot. So, bis gleich. Oh, Leon, ich komm gerade vom Training. Wir kommen... Alter. Nein, nein. Es geht nicht um die Sitzposition, sondern um das wippende, guckende. Du hast mich gerade total an meinen Opa erinnert. Genau so dieses... Mhm, Tobias. Gehst du jetzt bitte schnell duschen? Wir würden gerne speisen. Boah, das sieht aber gut aus. Ja, Enkel. Wir haben schon vorbereitet. Wir haben schon vorbereitet. Wir haben schon vorbereitet. Es hat angefangen. Das große Mammuten. Das Silvester-Racklet. Und alle sind da. Juhu. Und Maren bearbeitet noch gerade für Juli im Bild. Ja. Ja. Hast du den Chino auch? Ganz schön später sein. Oh, Juhu. Oh, Juhu. Halt die Rote. Schieß! Halt die Rote, behalte ihn doch für Leo. Oh, Leute. Hallo. Hallo. Badekult. 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 Hey. Was denn? Hallo. Hallo, Maus. Hallo. Ich habe eben gewonnen. Ich habe den Sieg gewonnen. Ja, wir setzen übrigens gerade bei Mario Kart mit Tritt. Setz ein. Setz den Geist in, der macht dich schneller. Verantwortungsvoll trinken, aber nein. Schöne habt ihr noch immer die Paltel? Ja, und. Nein. Leo. Hier, Schatz. Wer ist das? Egal, aber wir haben die Wette gewonnen. Okay. Hey. Warte, 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 warte. Hey, der Tobi muss doch... Ja, ich. Hallo. Ja, er muss eigentlich stehen und... So. Also ihr seht ja, Abend ist im vollen Gange. Und ähm... Darf ich auch... Darf ich auch gleich spielen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das sagen sie. Siehste, die setzen schon auf mich. Ich setze auf Tobi. Irgendeine von heute, die ich hier muss fahren. Du oder du. Ja, ja. Ja, ja. Nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten. 5 Minuten vor 12. Schatz. Oh, okay. Er geht auf die Toilette. Er geht auf die Toilette. Er geht auf die Toilette. Ähm. 2018 erwartet uns. Wuuu. Ein paar Sekunden. Juhu. Und es sind Tropfen auf der Kamera. Egal. Macht nix. Das müsst ihr jetzt abkriegen. Boah, das ist aber kalt gerade. Boah, ich hab Katz Jacke anguckt. Was hat Katz gemacht bitte? Okay. Okay. Feuer. Ah, nein. Nice, mein Schatz. Das wird unser Jahr, Leute. Unser Jahr. Unser Jahr. Ah. Pass auf. Ja. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues Jahr. So, unsere Wunschrakete. Komm her. Wir machen's zusammen an. Warte, was wünschen wir uns? Okay, warte. Okay. Wir machen's wieder. Okay. Wir machen's wieder. Warte, wir machen's wieder. Go Miss象! Wooo! Yeah! Leute, Maren, back to the roots. Voll. Das ist das Ende jetzt von diesem Vlog. Wir wünschen euch wirklich alles Glück und Gesundheit und Liebe und was alles, was es draußen gibt. Ganz viel Liebe und Gesundheit ist das Wichtigste. Das wünschen wir euch. Das war unser Silvester. Wir werden jetzt noch ein bisschen feiern, noch ein bisschen Spaß haben. Und morgen werden wir nach Ich gefahren. Und dann, wie gesagt, macht euch auf das 2018 gefasst. Da wird's abgehen. Da wird's richtig abgehen. Macht's gut. Tschüss. Und danke für dieses tolle Jahr.